Tag 6, 5, 4, 3, 2, 1, los So, jo Leute, was geht ab? Hier ist euer Terralox und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video auf einem Kalan nach 10 Monaten Und so, wir spielen ein Frei für Alle, aber nicht normal, sondern wir spielen ein Terralox-Akt Für die Leute, die es nicht wissen, Terralox-Akt ist ein Spiel, ihr kennt es vielleicht schon von Monto oder Pink Panther Ich sage ein Befehl, vor diesem Befehl muss Terralox-Akt sein, sonst darf man den Befehl nicht ausführen Wenn ich ein Befehl sage ohne Terralox-Akt vorher und man den ausführt, stirbt man Man hat ein Leben, der, der zuletzt, der als letztes überlebt, bekommt von mir 10 Euro bzw. 10 Franken So, und das Ganze auf Redwood und ja, ihr habt alle die Klasse Vorhut, bitte alle die auswählen So, Terralox sagt, kommt alle zu mir, wo ich schieße und stellt euch dann direkt gegenüber von mir in einer Reihe auf So, ich bin hier So, den ersten haben wir auch schon mal So, ihr seht auch, ich habe die KN, ich feiere die Waffe so krass So, der letzte sollte auch noch kommen So, okay, sehr schön Okay, Terralox sagt, spring Terralox sagt, zweimal spring Zweimal spring Okay, gut Sie sind nicht so schlecht, wie sie aussehen Terralox sagt, folgt mir So, okay Terralox sagt, stopp Terralox sagt, stellt euch rechts von diesem, also bzw. einfach hier in einer Reihe auf und schaut nach vorne zu mir So, sehr schön Terralox sagt, ihr habt alle eine Granate bzw. zwei Granaten Terralox sagt, schießt die Granaten einer nach dem anderen, man fängt bei dem am nächsten vom gelben Container an, hier hoch Terralox sagt, Lekupa 99 schießt eine Granate in das Fenster Okay, Terralox sagt, Lekupa, stell dich mal bitte hier an diese Wand hin Wand hin, genau, Wand hin So, Terralox sagt, Weißbrot, schießt deine Granate in das Fenster Terralox sagt, Weißbrot, stell dich zu Lekupa an die Wand Terralox sagt, Xandre, schießt deine Granate in das Fenster Oh, sehr schön Terralox sagt, Xandre, komm und stell dich in das Wasser, hier in das Wasser So, hier bei mir, hier in das Wasser Genau Terralox sagt, Valle Tipete, schießt deine Granate in das Fenster Wenn du dich ein bisschen bewegen musst, kannst du dich ein bisschen bewegen, um das besser zu treffen So, Terralox sagt, schießt deine Granate in das Fenster Terralox sagt, stell dich zu den anderen zwei an die Wand hier Terralox sagt, Viera, stell dich hier ein bisschen nach rechts und schießt deine Granate durch das Fenster Sag mal, ihr seid ja alle schlecht Mensch, Terralox sagt, Viera, stell dich hier an die Wand Eigentlich müsste ich euch jetzt alle töten, na egal Terralox sagt, ihr vier kommt mit ins Wasser So, okay Hi Okay Ähm, Valle Tipete, stell dich mal ein bisschen weiter nach rechts, bitte Das war es aber wieder komplett So, für die Leute, die jetzt das nicht gecheckt haben Ich habe nicht gesagt, Terralox sagt So, Terralox sagt, nehmt eure Zweitwaffe in die Hand Terralox sagt, einmal springen Terralox sagt, duckt euch Ähm, okay, sie können sich bewegen Okay, die, die sich nicht bewegen können, sollen sich ein bisschen nach hinten stellen Hm, okay Terralox sagt, Xandri, stell auf Terralox sagt, folgt mir Okay, Terralox sagt, bleibt hier vorne stehen Hier So, ich zeige euch jetzt mal allen den Weg, den ihr machen müsst Und zwar seht ihr ja hier unten diesen Weg Hier unten durch Und wenn ihr das richtig macht, dann läuft ihr hier dieser Wand unten durch entlang und läuft dann auf der anderen Seite nach vorne Dort vorne werde ich auf euch warten Terralox sagt, Terelox sagt, Xandri beginnt, danach Weißbrot, danach Lekupa und danach Vieira Terralox sagt, Xandri fang an Nein, unten durch, unten durch, unten durch, unten durch, unten durch Ich habe euch zehnmal gesagt, ihr müsst unten durchlaufen So, Terralox sagt, Weißbrot, lauf unten durch, let's go Sag mal Hier unten durch, ihr könnt unten durchlaufen Hallo, sag mal Kennt ihr überhaupt die Map? Hier unten durch, ist das so schwierig zu verstehen Hier unten durch Also, wenn, wenn ich, wenn ich behindert bin, dann bitte schreibt es mir in die Kommentare Aber ich glaube, das ist eigentlich ganz klar zu verstehen So, Terralox sagt Äh, Lekupa, mach den Weg unten durch Ich gucke schon mal unten, unten links, ob er ist Okay, sehr schön Terralox sagt, dort hinten warten Terralox sagt, Vieira, lauf den Weg unten durch Das wird ja witzig Okay, aber, aber jetzt Okay, ich weiß Okay, sehr schön Terralox sagt, wartet dort auf mich So, okay, Terralox sagt, folgt mir Was könnten wir denn hier Terralox sagt, einmal springen Terralox sagt, folgt mir Einmal sliden Wieso bleibt ihr stehen hier, Lapis? Du bist erstmal tot So, du Gib dir jetzt gleich Zehn Sekunden Zeit Um abzuhauen Ich habe eine Fernlenkladung Wenn ich dich töte Bist du tot Und wenn nicht Dann gibt es ein 1 gegen 1 So, Terralox sagt Du hast jetzt Zehn Sekunden Zeit Um wegzulaufen Ihr seht es unten an der Zeit Er hat bis Zwei und zwei bis Was war es? Zwölf Zeit So Nein So Wo ist der? Wo ist der? Ich wette, er versteckt sich irgendwo Ah, ich habe ihn gesehen Ich habe ihn gesehen Nein Oh mein Gott Okay Ich bin zu dumm Okay, ich bin zu dumm Okay Terralox sagt Komm in die Mitte von der Map Und Steh zu mir hoch auf den Auf den Baum hier Auf den Baumstamm So Okay Terralox sagt Du stellst dich jetzt hier oben Auf das Fenster Und wartest So Okay Jetzt Terralox sagt Nimm deine Zweitwaffe Also beziehungsweise Dein Messer in die Hand Und wenn ich sage Jetzt Dann fängt das 1 gegen 1 an Okay Jetzt Ah Ich bin gut Okay Okay Herzlichen Glückwunsch An LeCoupa Er hat die 10 Franken gewonnen Die Bekommt ihr sogar mit einem Beweis Video Von mir noch zugeschickt Beziehungsweise hochgeladen Und ja Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen Wenn ja Lasst auf jeden Fall Liked Und wenn ihr selbst noch Bock habt Mitzumachen Dann Dürft ihr Sehr gerne Das unten in den Kommentaren schreiben Euren Namen Und dann werdet ihr auf jeden Fall Das nächste Mal mitzumachen können Das war es dann auch auf jeden Fall Ich hoffe es hat euch gefallen Haut rein Bis zum nächsten Video Peace Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal